Die Helene Fischer Show steht für Partystimmung. Doch nach einem Duett kann die Schlagerkönigin ihre Emotionen nicht mehr zurückhalten. Düsseldorf, die Helene Fischer Show 2024 wurde bereits am 6. und 7. Dezember in Düsseldorf aufgezeichnet. Die Vorfreude war groß, denn die Tickets für das Schlagerspektakel waren binnen kürzester Zeit ausverkauft. Nicht zuletzt auch wegen der hochkarätigen Gästeliste von Helene Fischer. Neben Weltstars und Schlagerikonen stand auch ein ganz besonderer Musiker auf der Bühne. Mit seinem Auftritt konnte sich Helene Fischer einen persönlichen Wunsch erfüllen, wie sie auf der Bühne verrät. Einen Wunsch, der sie sogar zu Tränen rührt. War seit 25 Jahren in keiner TV-Show mehr, Reinhard May rührt Helene Fischer Showpublikum. Nachdem Helene Fischer mit ihrem sexy Hüftschwung begeisterte und mit einer Latino-Version von Atemlos das Messegelände in Düsseldorf zum Tanzen brachte, wurde es wieder leiser. Denn mit ihrem nächsten Gast erfüllt sie sich einen persönlichen Wunsch. Sie wollte ihn schon so lange einladen, erzählt Helene Fischer den 13.0000 anwesenden Fans. Seit 25 Jahren war er in keiner TV-Show mehr. Deswegen ist es jetzt eine umso größere Ehre, dass er in der Helene Fischer Show gleich zweimal auftritt. Die Rede ist von Reinhard May. Der Kultmusiker sorgt zuerst mit Du kannst fliegen für Gänsehaut. Sand-Artistin Irina Titova untermalt diesen Moment mit eindrucksvollen Bildern. Doch nach seinem zweiten Auftritt gegen Ende der vierstündigen Show kochen die Emotionen so richtig hoch. Denn Helene Fischer singt zusammen mit Reinhard May seinen Hit Wir, und die Schlager-Queen kann ihre Tränen einfach nicht mehr zurückhalten. Tränen wegen Reinhard May, Helene Fischer in ihrer ZDF-Show so emotional. Ist das nicht schön? fragt Helene Fischer und zeigt auf das begeisterte Publikum, das seit mehreren Minuten applaudiert. Die Fans sind offensichtlich genauso berührt von dem Duett, wie die Schlagersängerin selbst. Einfach nur die Gitarre und deine Stimme, und diese Worte auch einfach, sagt sie mit zitternder Stimme. Dann versucht Helene Fischer weiter zu moderieren, muss sich aber die Augen trocken fächern. Ui, lacht sie. Das macht mich jedes Mal so emotional, mit ihr zu singen, verrät sie und wischt sich eine Träne aus dem Auge. Ich hab mich wirklich sehr, sehr drauf gefreut. Und, dass du heute in meiner Show bist, ich kann es nicht oft genug sagen, aber es ist wirklich eine Riesenehre für mich. Ich hoffe, dass du das heute genießt, so Helene Fischer mit Tränen in den Augen. Ich genieße jeden Augenblick. Ich lebe im Hier und Jetzt, in diesem Moment. Es ist unglaublich, danke, antwortet Reinhard May ebenfalls sichtlich ergriffen. 25 Jahre in keiner Show. Ich habe einfach auf die richtige Show gewartet, verrät er mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Zum Schluss gibt es noch eine Umarmung und zwei Küsschen die Wangen.